kurz ok schmue raffeln aus einer akkord 4k 4k und lassen wir die letzten JA! ACE ACE! YES! Das erste Ace! Wir werden eine Pistol-Round, nice! Ein Stick da drauf, easy peasy, lemon squeezy. Ich finde der passt da einfach perfekt hin. Und ist einfach eine wunderschöne Waffe. Und ja, damit haben wir die Einleitung geschafft zu diesem Pack Opening, nein, zu diesem Case Opening. Ich meine, wenn ich schon mein erstes 5K geschafft habe, mein erstes Ace, dann machen wir da auch 5 Kisten auf und zwar 5 Operation Breakout Kisten. Ähm, ja, ich hab gedacht, wenn's schon läuft, ne? Vielleicht kriegen wir dann auch unser erstes Knife. Hahaha, zu schön wäre es doch. Und dann, ja, hauen wir einfach rein hier. Die Kisten werden geöffnet und es fängt an mit einer MP7 Step-Track. Ich hab noch keine MP7 Skin, von daher nehmen wir ihn erstmal. Ist okay. Wird nix wert sein, aber naja. So, nächste Kiste direkt hinterher. Lange warten hilft ja nicht. Dann gehen die Lilanen vorbei. Die PPB-Sonne wird's auch nicht werden. Es wird die nächste MP7. Die gleiche Waffe nur ohne Step-Track. Gratulation, Schmusa. Ach, Mann. So, ja, so ein Butterflale oder ein außerordentlich seltenes Butterflale-Messer könnte ja da drin sein. Ja, das wär schon nice. Wir halten die Däumchen. Hoffe ich doch mal sehr. Lila-Lila-Items grauschen vorbei und ne Negev kommt reingerauscht. Immerhin macht sie nicht Brata-Rata-Rata-Rata-Rata-Rata. Es ist ne Desert Strike. Ja, super. Wer wollte sie nicht schonmal unbedingt haben? Zweikisten haben wir noch. Gabe, sei mit mir. Gabe ist nicht mit mir. Und gib mir ne SSG. Ole. Oh, Mann. Scheiße, ey. Komm, letztes Case. Daumen drücken hier. Bitte, bitte, komm. Öffnen. Wir zählen von drei. Zwei. Eins. Runter. Und hoffen wir jetzt einfach mal, dass ein geiles Messer dabei ist. Ist doch da. Ich seh es doch schon. Ich seh es doch nicht. Na ja. MP7. Oh, Mann. Wie oft haben wir eigentlich schon... Ich hab jetzt an der Pipi-Balson vorbeigezogen, die auch nichts wert ist. Aber egal. Na jo, war der MP7-Tag. Ähm. Ja, ich hoffe zumindest, dass Ace hat euch gefallen. Ich sag, das war mein allererstes und ich bin echt stolz da drauf. So, ne. Ich bin halt ein Kack-Noob. Wobei, ich werde in letzter Zeit besser. Und, ähm. Naja. Ich hoffe, das nächste Case Opening wird dann auch noch besser. Bis dann. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da. Bis dann. Euer Schmuser. Game Keys. Game Cards. Gold und Credits. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.